Hey Leute, da gibt es drei Karten, die gucken wir uns jetzt mal an. Alle Macht geht von Volker aus. Den kenne ich zwar nicht, aber das könnte ich verschicken. Und jetzt gucken wir die Nummer zwei. Die Würde des Menschen ist unfassbar. Ich finde das klasse. Okay, und dann die Nummer drei. Bei Bildungsurlaub hinterher ist man immer klüger. Das schicke ich an meine beste Freundin. Und die? Okay, da habe ich auch noch jemanden. Und die dritte? Okay. Ein Kumpel von mir. Briefmarke braucht ja keine. Das wird hier organisiert. Und ab geht die Post. Und nicht nur, dass du viel lernst. Das Essen ist auch gut. Wir gehen wirklich weg? Natürlich. Sag denen das. Natürlich. Wir gehen weg. Aber. Bye, ich bin. Tschüss. Hallo.